ja lang lang ist es her dass mal ein final fantasy 10 part kam aber heute kommt wieder mal einer und damit sage ich willkommen zurück zu let's play final fantasy 10 dem hdm master wir waren das letzte mal stehen geblieben hier in gordo salami und müssen jetzt zu simo rein na schalico Sobald die Pilgrimation weitergeht, sowas ist gut. Das ist es? Was, wenn sie noch nicht mag den Mann? Ist das okay? Die Leute heiraten für viele Gründe. Was bedeutet das? Manchmal braucht es keine Liebe, du kennst. Sie verletzten Sinnen und bringen Freude zu den Menschen von Spira. Sie heiraten und bringen Freude zu den Menschen von Spira. Für Yuna, sie sind nur zwei Schritte nach dem gleichen Weg. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. Hm. Hm. You mean people our age get married? Yeah. Games are around and there's always sin, right? One of them might get you, you know? Lots of people marry the first person they fall in love with, just like that. Really? I'll probably be the same way. Mhm. Mhm. You an only child? Yeah. I got an older brother myself. Huh. I wish I had some younger brothers and sisters though. So I'll ask your parents. Mhm. Mom died. A makina went on a rampage. I'm sorry. When I get married, I'm gonna have lots of kids. That way they'll all have brothers and sisters. Mhm. What? You're really thinking about your future, aren't you? That's great. It's pretty normal, I think. Hey, maybe Yuna's back. Mhm. Mhm. Ja, wir haben jetzt mal nicht gleich Lulu angesprochen, sondern mal Riku. Vielleicht haben wir ja dann Glück in... Ihr wisst... Also, die Kenner... Ihr wisst, was dann ist, ne? When we leave here, we have to go through the Thunderplains next, you know? We leave as soon as Yuna returns. Lassen Lulu einfach weg. Was the Lady Summoner not with you? No. She's at Seymours Place. That's Maester Seymour. Or Lord Seymour. Oh, I'll be careful. Sorry. That's all right. Oh! Maester Seymour left Guad-o-Salam a short while ago. You serious? I believe he went to the temple in Makalania. Maester Seymour is also the High Priest of that temple. Whoa! I gotta tell the others! Maester Seymour. Wer mit Riku als Gesprächspartnerin kam. Mal gucken. Wer mit Riku als Gesprächspartnerin kam. Mal gucken. Wir haben jetzt Riku als Gesprächspartnerin kam. Gisgol! Sie sagen, Seymour zu Makareina-Temple. Makalania-Temple. Ich? Was ich nicht verstehe ist, warum würde der Lord Mester gehen nicht ohne einen Peep zu jemanden? Vielleicht hat er nicht erwartet von Yuna so schnell. Ah, das ist wahrscheinlich es. Yuna, was ist es? Oh, nichts. Hm, du bist ein peller Lüter. Hm, es ist wahr, es ist nichts. Komm, wir gehen. Bitte begibt euch zum Tempel Makalania, der ehrwürdige Seymour erwartet euch. Ach ja. Oh nein, wir sind hier. Ach ja. Wie müssen wir das durchführen? See the Lightning Rod Towers? The Lightning is drawn to them, hopefully. Wir gehen nach Nord, nicht zu nahe und nicht zu weit von den Towers, ja? Das bedeutet, dass wir die wide open Areas evtl. Ah! Ich glaube, ich habe etwas vergessen in Guad-o-Salam. Hm. Schön, dich zu wissen. Hm. Okay, okay, ich gehe. Donnersteppe durchqueren. In der Gendorf-Donnersteppe kann es vorkommen, dass Tidus vom Blitz getroffen wird. Niemand weiß, wann und wo die Blitze einschlagen. Daher sollte man nicht regelmäßig herumstehen. Unterhalb von Blitzarbeidern schlägt der Blitz nicht ein. Man sollte stets Schutz suchen. Wenn jedoch kein Blitzarbeiter in der Nähe ist, kann man mit A Blitzeinschlägen ausweichen. Dazu muss man in dem Moment, in dem der Blitzarbeid durch A drücken. Ununterbrochen A zu drücken, könnte allerdings gefährlich sein. Eine angenehme Reise. Ja, ich werde sowieso verkacken. Leck mich doch, du scheiß Blitzmann. Nochmal mach ich nicht den Scheiß. Könnt doch vergessen. Also dann habe ich zu Anfang ein bisschen Space gesagt, wir machen eh nur rein Story. Ich habe dieses Spiel, glaube... Zweimal gestreamt oder dreimal. Wir haben da bis jetzt immer das Optionale mitgemacht. Also... Man kommt auch so durch. Die neuen... Die neuen 60 hat es gebracht. Aber... Was am Ende... him... Ich habe das noch vertrellet. Ich habe das noch ein bisschen Scheiß. Also... Ich habe das noch... Ich habe das schon gemacht. Ich habe das noch niezdörert. ein paar Ichック- Es habe das noch niegenommen. Aber hier ist auch ein sehr gut. Und... Also... Da drüben ist Maidchen. Eine Wunderkugel. Die wirkt wahre Wunder. Meidchen, ich komm zu dir! Schnell! Nur zu? Sehr gut. Ich erzähle dir über die Kroßung. Ein lange Zeit, dieses Ort war ein Geheimdienst. Pläne der Leutung, Pläne der Leutung. Die die Kroß sind verletzt. Oder so sie sagten. Hmm. Dann, ein Mann, der Name Bilgen, kam. Using Machina, er hat eine Kroß, die als Leutung über die Pläne verletzten. Oh no, he killed by lightning! Take care, and farewell. Take care. Okay. Ouch. Uh-huh. Falon du! Pleistin! Oren braucht zwar keine Magie, aber wir nehmen alles mit. Alles was geht. Und weiter geht's. Und da unten steht Chilinder. Die kriegen ganz schön Schaden, ne? Chilinder! Nein! Mann! So ein blöder Kampf. No problem. No problem. Oh, et's up. Haha. Wirklich? Okay. Wir nehmen jetzt, äh... Sonst hab ich immer genommen. Doch keine... Also doch keine Hochzeit. War nur Spaß. Hey! Es wird nicht tun, zu schlafen über eine Sache wie das. Nein, 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 nein! Meister Seymour und Frau Yuna. Wie wunderschön! Oh, bitte. Uh-huh. Uh-huh. Oh, bitte. Uh-huh. Oh, bitte. Uh-huh. Okay. Ha! Ach komm, ey. Blödes Drecksauge. Meine Güte. Ja, Walker ist halt der Spezialist bei fliegenden Gegnern. Aber später wird das anders. Wenn wir ein bisschen mehr Geschick haben, wenn wir mal einen Treffer, dann geht das. Können wir alles treffen. Egal, ob der fliegt oder steht. Oder sitzt. Upsala, stopp. Äh, hier. Komm, ist auch mal gut jetzt hier. Wenn ich die ganzen... Ich werde dir nicht so leicht über den nächsten Mal gehen. Part über nur kämpfen. Jetzt kann ich gleich, äh... den Titel, äh, den Part um in eine Monster-Invasion. Ich lerne, äh. Äh. you're giving me the creeps I hate lightning I hate thunder let's go rest over there please she has lightning oh a little tired you have a room available lady summoner yes just over that way thank you man hätte noch angucken können hier so dass er noch weint und hmm are you that scared when I was little a fiend attacked me while I was swimming at the beach my brother tried to beat it back with a spell ouch ouch hmm 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 maybe later nice to see you again welcome to the RIN travel agency hmm 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 it's not easy being a guardian to a summoner so young hmm oh wir machen jetzt mal was ganz witziges Achtung bei RIN hmm oh geht so hmm 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 okay okay wir haben jetzt einfach mal geskippt witzig tschüssi So kannst du ja lässige Gespräche ersparen. Umm... Wo-issssssssssss... It's nothing, really. I... I just... Uh-I...I'm sorry. I shouldn't have come in... Uhh... Hey! Wasn't that...that, uh... Der Giskel-Guado-Guy? Die Sphäre ist seine Wille. Er sagt, schau dir meinen Sohn. Seh-His Sohn? Seymour? Na gut, ich weiß eine Art, um ihn zu schaubern. Er sagt, ich habe ihn zu schaubern. Er sagt, ich habe ihn zu schaubern. Er sagt, ich bin zu schaubern. Er sagt, ich habe ihn zu schaubern. Okay, also, 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 also. So, oh ja, ich habe ihn zu schaubern. Oh ja, ich habe ihn zu schaubern. she's not going to move unless we do something it's not stopping is it if it's okay with riku shall we go it's not stopping is it don't tell me you were hoping it would fine stay here all right already but you didn't have to say it like that you know you could be more comforting or something you know try to cheer me up you just don't get me at all do you hey are you listening i'm not scared i'm not scared you hear i think the type of that's fallen gelassen der uns gerade fotografiert hat ein stromball weiter geht's komm wir wollen die steppe noch schaffen oh 699 also du 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 oh nein komm eh ja komm eh hallo vertreibt man nicht mann dann lässt halt umbringen oren hättest ja flüchten können mann du mann du mann du mann diese ehrgeizigen menschen die nicht flüchten wollen du hast du gerade simon deinen gedanken gesehen ah nee komm zu grasta dude Hui! Oh, Mensch! Gut, würde ich sagen, tun wir hier den Part an der Stelle beenden. Erstmal. Und dann... Machen wir hier beim nächsten Mal ganz normal weiter. Also dann... Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Jetzt fange ich auch schon so an. Macht's gut und bis... Bis zum nächsten Mal.